Gut, meine Lieben, dann macht euch mal bereit. Don, Don! Donuts, Donut, gehen los! Sie hat sich bewegt. Sie bewegt sich tatsächlich. Die Folge ist ziemlich gut angekommen. Gestern Abend wurde die erste Folge von Exodus ausgestrahlt. Spul zurück und zeig mir die Stelle nochmal. Ist sie fertig? Ja, sie ist fertig. Ja, Episode Director und Compositor bereithalten. Zu Befehl. Gut, wir starten mit der Aufnahme für Teil A. Band läuft. Wie süß. Wie viele sind beim Zwischenfasencheck und beim Zwischenfasenzeichnen? Zwischenfasen, Zwischenfasen. Bei wie viel ist das Compositing bereits gemacht? Und wie viele stehen noch aus? Hast du denn da keinen Überblick? Ich bitte dich. Die paar Dinge solltest du doch im Kopf haben. Oh! Honda, sie sind zu ungeduldig. Ah! Reiß dich mal zusammen. Was ist mit Folge 4? Ich weiß nicht mehr weiter. Hör mir mal zu. Animes macht man nicht ebenso im Alleingang. Die Produktion eines Animes ist Teamwork. Teamwork? Auf Wiedersehen.